Menolias, senke deinen Bogen! Hör mir zu! Varam hat Rassan getötet! Ich werde dir kein Wort glauben! Wie kannst du das sagen? Varam hat Persien verraten! Wir kämpfen, damit andere es irgendwann nicht mehr müssen. Als König wird Varam alle Kriege beenden. Ein König tötet nicht seine Untertanen. Hilf mir, ihn aufzuhalten. Varams Ideale sind größere als deine oder meine. Du lässt mir keine Wahl. Ja! Ja! Was ist das? Nach all diesen Jahren und all den Kämpfen hat mich noch niemand so weit getrieben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.